hallo ihr lieben heute dreht sich alles ums entlaften wir haben hier drei modelle der reihe angel juicer hier haben wir einmal den angel juicer 5500 7500 und unser spitzenmodell 8500 ja wie unterscheiden die sich jetzt kleiner fun fact dazu ja sie haben eine unterschiedliche farbe auf dem bedienfeld ihr kennt das vielleicht bei anderen entsaftern muss man so viel sauber machen aber das gute an denen hier alle beweglichen teile sind spülmaschinen fest also good news würde ich sagen das sind alles slow juicer mit 82 umdrehungen pro minute sie produzieren 40 prozent mehr sagt als andere entsafter deshalb sind sie sehr sehr beliebt bei dem pressgut müsst ihr ein bisschen darauf achten dass es vor allem hartes gemüse ist das sind zum beispiel karotten das ist kohlrabi oder rote beete aber auch ja sellerie also faseriges gemüse oder auch wildkräuter bei der grundausstattung bekommt ihr einen holzstopfer mit dazu geliefert der berührt keinerlei kunststoff ihr bekommt einen kunststoff behälter mit dazu geliefert der ist aber bpa frei und wer das nicht möchte kann sich einfach ein glasbehälter so wie dieser hier nach bestellen oder ein trester behälter aus hochwertigen edelstahl alle modelle kommen mit einem standard vorsatz das ist ein feines sieb wenn ihr möchtet könnt ihr euch noch andere vorsätze nachordern denn alle guten vorsätze sind drei würde ich sagen da gibt es einmal den pürier vorsatz der ist vor allem für nussmus geeignet dann haben wir den malvorsatz sehr gut für jegliches getreide und einen groben vorsatz vor allem für säfte mit fruchtfleisch so ihr lieben jetzt wollen wir das ganze doch mal ausprobieren ganz wichtig ist dass ihr hartes und weiches pressgut miteinander kombiniert da nehmen wir uns heute einmal die gurke und den stangensellerie wichtig ist dass ihr die gurke viertelt am besten dann haben wir eine ganz gute größe legen wir unseren glasbehälter drunter den müssen wir hier so dann dann haben wir uns einen ganz tollen dress der behälter aus edelstahl auch auf keimling.de erhältlich könnt ihr gerne nachordern einfach auf an und hier auf den grünen startpunkt ganz wichtig ihr braucht den holzstopfer und dann sehr easy einfach ein bisschen nach stopfen und schon seht ihr die flüssigkeit rauskommt dann nehmen wir uns jetzt noch ein paar gürkchen einfach hinterher stopfen das sieht schon sehr 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 gut aus dann einfach auf stopp und ihr könnt das gerät direkt wieder ausstellen so schaut euch mal den dresser an es ist ein träumchen ja trocken wie nichts gutes was sehr gut ist das tolle ist ihr könnt das auch zum dörren benutzen da gibt es unterschiedliche rezepte wie zum beispiel kekse also hier wird nichts verschwendet aber auch gar nichts jetzt schauen wir mal uns die ausbeute an grasgrüner saft yummy und ich würde sagen wir probieren noch mal ja da fühle ich mich doch glatt wie auf einer wellness farm sehr lecker und gesund zusammengefasst der angel juicer ist in der saft ausbeute unschlagbar wie ihr seht und er ist vor allem für hartes pressgut geeignet aber auch für mischsäfte wer es besonders langlebig haben möchte der entscheidet sich für den 8500 s der besteht nämlich aus hochwertigem chirurgenstahl so ihr lieben wenn ihr fragen habt dann meldet euch doch sehr gerne bei unserem kunden support und geht gerne auf unsere webseite oder kommentiert oder stellt fragen unter unserem youtube video wir melden uns so schnell wie möglich bei euch zurück und ja vielen dank dass ihr zugeschaut habt bis dahin